Ja, Hallihallo ihr Lieben, wir sind hier in World of Warcraft Dragonflight in Division 11.0.0 Wir sind hier auf den Dracheninseln im Smaraggrünen Traum und hier oben sind bei Tyrande Wispawind mit der Quest die Drohende Glut. Kehrt zum Erythra bei Amitras hier zurück, mal des Traumwächters bekommen wir, also Ruf 2500, wir bekommen eine pralle Traumsaat, wir bekommen 10 Flugsteine und wir nehmen die Quest an. Und dann also hier drüben zurück. So. Hier gibt es hier der Amitrasil-Baum. Und hier stehen sie. Unsere Freunde. Merythra bekommen die Flugsteine den Ruf. Die Drohende Glut ist damit abgeschlossen. Merythra bekommen die Flugsteine und den Ruf. Ja, damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Schaltet gerne wieder ein, lasst gerne Like und Abo da. Schaltet gerne mal auf meinen Twitch-Kanal, ist verlinkt im YouTube-Kanal. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschaui.